ok liebe leute wir machen weiter bei jacked alliance wir sind im sektor h3 hier ja bastion haben wir ja in der letzten folge kampflos sag ich mal besiegen können weil er sich ein bisschen verquasselt hat und wir gucken jetzt auf den bunker finden das war alles klar der bunker war scheinbar hier oben kräuter rucksack waschauer packt munition jetzt hat man die kalaschnikov mitnehmen können es ist natürlich jetzt so haben wir hier auf dem stand und was ach hier hätten wir so rüberklettern können hier ist ein friedhof irgendwie da sind doch noch gegner liebe leute da sind doch noch gegner also könnten hier und vermutlich angreifen wir können sie uns nicht in den rücken fallen eigentlich das glaube ich ganz gut das sind vier mindestens vier müsste doch hier auch sehen wie viel gegner wir haben eigentlich so ok dann müssen wir jetzt mal alles müssen auf wir müssen nicht aber wir können ein paar sachen aufteilen das ist die frage ob die uns da schon sehen und allein auf zeit her und mr wolf ich teile jetzt und zwei trupps müssen auf keepin und loan and slow ne hmm you want me to hide i cant yeah auf e as spirit in the what's just Das ist ganz leise. Die kommen noch nicht hoch, die müssen sich in die Hocke. Jetzt kommen die noch nicht hoch. So. Hm. Okay. So, und ihr drei? Ich hab glaub ich noch eine Granate. Wolf ist auf der Prow. Repositioning für Ambush. So. Jetzt ist die Frage, ob die überhaupt da hochschießen können. Ich finde nicht, dass ich jetzt total... Ja, die müssten dann wahrscheinlich aufstehen. So, er kann doch theoretisch so einen Messerangriff auch machen, ne? Messer werfen. Granate ist noch besser jetzt eigentlich. Ah, es sind vier Mann. Ne, von da können sie nicht treffen, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das ist nicht gut, die Position. Fällt mir gar nicht. Gefällt mir, ehrlich gesagt, gar nicht. Gefällt mir, ehrlich gesagt, gar nicht. So, so überhaupt nicht. Gefällt mir das nicht. 10-4, wir gehen raus. Das gefällt mir da schon deutlich besser. Wir hören dich, Chief. 10-4. Wir gehen. Das ist gut. Mal sehen uns, gerade hin. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Das ist schwer. Bowtail. Go, 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 go! Move, you grunts! Friedrich. Raider. Achso, nee, Raider soll untersuchen. Ach, da kann man irgendwie was checken noch? Mit Weisheit wahrscheinlich. Technik... Oh, da brauchen wir höhere Leute. Die wollen nicht... Jetzt! Can't see me now, can ya? So... Copy, moving for ambush. Repositioning for ambush. Weisheit. Moving undercover. So... Mr. Wolf. Wolf is on the prowl. Moving up to get the drop on them. Das ist wahrscheinlich jetzt, dass er mich entdeckt. Ach, guck mal, der ist um... Kommst du da vorbei an den Leuten? Jawohl. Get ready to be blindsided, baby. Ja, aber guck mal, der erste ist gleich down. Sehr schön. So, und den anderen vor allem mal schön den Rücken jetzt. So... Eigentlich könnt ihr jetzt aufstehen in die Hocke. So... 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 Hier, den. Triffst du den vielleicht noch mit ein paar Punkten? Ja, erst mal rein semmeln. Ja, guck mal. Ah, ich glaube, beim Mikrofon hängt das hier. Ich bin schon wieder... Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon resetten, das ist unglaublich. So... Sollte... wieder kratzfrei sein. Mr. Omrin. Eigentlich kannst du auch ganz kurz in die Hocke gehen. So... Auf wen hast denn du noch so ein Blickfeld? Okay, du hast einfach zu wenig AP. Dann kannst du das so machen. Wenn der sich bewegt beim nächsten Mal, kriegt er einer reingesammelt. Frau Fox haben wir noch hier hinten. Sie werden mich nie sehen. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Sie werden mich nie sehen. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Die sind halt auch noch verborgen, das ist das Gute. Die werden eigentlich momentan noch nicht entdeckt vom Feind. Okay. Messerangriff. Keine gültigen Ziele. Das hat wahrscheinlich eine ganz kurze Reichweite nur. Gut, dann. Unsere Nahkämpfer. Yo. Zack. Messer. Achso, das muss er dann erst wieder aufheben. Granate. Missgeschick. Moderates... Missgeschick. Außer Reichweite. Nee, dann lohnt sich die nicht. Dann lohnt sich die nicht. Dann kannst du dem eine reinsammeln hier. Ah, nicht getroffen. Dann machen wir das so. Und dann wartest du erst mal wieder. Dann haben wir noch. Mr. Raider. Mr. Raider. Copy. Moving for ambush. Advancing und detected. That shot may jeopardize my position. Ziele mit... Äh, nee, du kannst ja eigentlich jetzt... Sollst ja da so rum... Eigentlich... Ja, so... Ja, so... Wollte ich das eigentlich, aber... Kommt sie trotzdem noch nicht ran. Und der ist zu weit weg. Dann machen wir das so, dass du hier einfach erst mal wieder deckst. So, nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt. Ja, gut aufgeteilt. Der hat ne AK oder sowas. Und wir kommen mit unseren Pistolen da an, ja. Er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Das war taktisch absolut schlecht. Aber sie hat zumindest einen schon mal schön zurück gesammelt da. So, Frau Fox. Wie sieht's denn aus hier? Ich kann das blindfoldet und tiefer. Aber er hat... Rüstung. Ja, da kommst du mit deiner Waffe nicht so gut durch. Mal gucken. Nein. Du bist aber schlecht im Zielen. Hier, guck mal. Hau mal auf den Oberkörper erst mal. Ja, elf Punkte ist besser als null Punkte. Zeit weg, Glovny. So. Rüstung durchbohrt. Er ist fast tot. Hier müssen wir auf Nummer sicher gehen. Komm, hau ihn einer rein da. Jawoll. Weißt du, so geht das. Zack. Schwerverletzt. Komm auf Nummer sicher. Oberkörper. Nicht getroffen. So. Die hier hinten sind fertig. Mr. Wolf. Unerreichbar. Mit Granate. Wieviel Punkte hast du noch? Sieben. Hm. Die sind alle zu weit weg. Leg dich hin. Leg dich hin. So. Der ist noch nicht entdeckt. bereit. Äh, du hast leider irgendwie doch eine blöde Position da. Ja, so ist gut. So ist gut. So ist gut. Reichweite. Gerade so. Eigentlich ist es eine 14er Reichweite. Die Pistole. Doppelter Schuss. Ja, komm wir auch mal einmal rein. Nicht getroffen. Okay, dann geh wieder in Deckung. Da stehst du ganz gut. Ähm. Das war's. Nächste Runde. Nächster Zug. Guck mal, die kommen jetzt noch hinten. Nicht so schön wie du aufhörst. Äh. Ja. Ganz, ganz cool eigentlich. Ähm. Schwerverletzt, unverletzt. Verletzt. Was ist der Plan, Chief? Kannst du. So, und jetzt hau ich mal einer rein hier. Doppellauf. Reicht glaube ich nicht mehr von den Punkten her. Komm auf Oberkörper. Jetzt treff aber auch. Jawoll. Verletzt. Verletzt. Annihilatiert. Wir sollten das machen. Jawoll. Verletzt. Feindliche Verstärkung in zehn. Das ist nicht gut, ne? Das hab ich gar nicht gesehen da oben. So. Der da ist ziemlich schlecht noch. Und ungünstig. Hm. kommst du auch nicht ran wir müssen eigentlich noch unsere unsere gute frau ihr verarzten erst mal auf den unverletzten jawohl so haben wir noch irgendjemand raven haben wir noch und raider so hier hinten haben wir jetzt ja aber eigentlich alle weg unerreichbar stimme auf zack attacke ja ja wir haben dich flankiert du hast es gut erkannt was bedeutet das in zehn runden oder in zehn sekunden da kommen sie schon da kommen sie schon da kommen sie schon charlene higgins jetzt müssen wir aufpassen jetzt haben wir hier vorne uns blöd positioniert wir gucken erst mal ob wir die von hier hinweg bekommen mr omrin kriegst du noch mal einen hier oh nee der steht in entdeckung versuchet jawohl die ist immer noch verletzt ganz schön verletzt lass mal in deckung gehen frau erste hilfe nein kein hilfe pack mehr das triffst du nie im leben das ist zu hart für mich ich muss es mal riskieren sehr oft dann geh du auch am besten einfach erst mal in deckung ordentlich so mr wolf hast du da einen im blick du musst nachladen ablenken ablenken nach schuss nee hau mal richtig gezielt hier irgendwie zu weit weg erst mal die richtung grob komm dann lasse kommen deutlich besser sehr gut zumindest erst mal einen reingesammelt dann raven haben wir noch mit denen gerne erst mal wegbekommen hier kommst du nicht ran kommst du nicht ran kommst du nicht ran lockt ja der ist fast tot sehr schön so runden wechsel der ist verblutet verblutet charlene higgins oh raven ist ganz schön ganz schön so mr omren jawohl ok so die drei da hinten sind erstmal safe halbwegs das war einmal nichts da musste ich ein bisschen zurückziehen aber sie ist unterdrückt sie hat halt kaum punkte irgendwie da stehst du glaube ich besser da stehst du glaube ich besser nicht dass ein auto explodieren kann nicht dass so ein auto explodieren kann liebe leute so carlina na den hast du nicht im blick aber gut ist und ob die Nächste Runde. So, eigentlich bist du schön dicht dran, aber noch kannst du nicht. Jawoll, komm. Hau dir mal einen Treffer wenigstens rein. Das ist okay, Baby. Du bekommst ihn nächste Mal. Komm. Ja, hervorragend. Vielen Dank, liebe Fox. Vielen Dank. So, Mr. Omrin. Hast du wenigstens den Kopf irgendwie in Reichweiter? Jawoll, sah ich doch. Komm, versuch es einfach. Ja. Siehste. So, kurz mal speichern, ja. Oh, jetzt ist das Auto explodiert, oder? Das war dann knapp so looten, 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 looten. So, was haben wir hier noch? Keiner was noch mehr hier zum looten? Doch, da drüben. Ach, ich kann es einfach einblenden, ne? Ich depp immer, ey. Halt, hier ist eine... ...eine Heilkräuter. Blutquille. Blutquille. Es sind nämlich auch schon wieder Gegner hierher unterwegs, ja, da müssen wir ganz schön aufpassen. No sweat. We're on the move. Any high caliber goodies in here? Uuuuuh-ha! Das war nochmal gut. Infos für The Rust gefunden. Das MG ist garantiert in einem der Gräber drin hier. Technik checkt. Ah, guck mal! Wird über das... Erhöht die Treffsicherheit. Ähm, Granatskis für... Für Mr. Wolf. Komm, du kriegst wieder die Granaten. Die sind fürs Dorf, die Gewehre. So... Das war interessant. So, haben wir hier noch was? Weisheit. Ähm... Weisheit. Raven. Raven. Raven, Raven, Raven! Fehlgeschlagen. Rudolf. Günther. Ich denke, wir haben ihre private Stache gefunden. Uuuuuh. Wolf hat eine Jacke. Raider hat eine Jacke. Omrin, du bist nicht unbedingt vorne mit bei. Raider hat eine Jacke. Hier, kriegst du auch mal eine Flakrüstung. Zack. So. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Raven eigentlich noch. Wir versuchen es ja nochmal. Vielleicht... Ist da so was wie eine Würfelfunktion hinter... Ne. Okay. so dann müssen wir noch mal umsortieren jetzt also du hast eigentlich munition für die waffen das ist gut dann machen wir das aber glaube ich so und du kriegst die schrotflinte von 108 trefferpunkte von mr wolf bist du die schrotflinte und mr wolf kriegt die ak so mr wolf kriegt die ak und dein messer treffsicherheit lesen und wer kriegt noch mal treffsicherheit 80 über 80 ist schon gut carlina kriegt noch einmal treffsicherheit carlina aber der scheint wirklich nachgeladen zu haben wenn die munition hier im trupp fort ist ja ich glaube das können wir so direkt machen dass wir die munition im trupp vor ort haben ich hoffe das haut jetzt auch wirklich hin was ich erzähle so dass das das ganz schön verletzt die flange jetzt von der nato munition 61 schuss mr wolf hast nachgeladen ja so wie lange braucht jetzt der andere trupp er kommt hier in unsere richtung reicht sektor hat wo in 21 stunden was ist denn wenn wir uns noch mal heilen wie lange dauert einen tag 22 stunden das knapp ne das ist sehr knapp liebe leute das ist aber wenigstens ein heilen das sind wir mal raven heilen ach so die zeit ist die gleiche ja das ist das was jetzt ich dass das was ich versuchen würde jetzt und das taster aber noch irgendjemand zum reparieren anderen kann auch ein bisschen reparieren 18 stunden 23 stunden 8 stunden mal gucken ob das jetzt funktioniert ach der angriffstrupp leute so die sind da ja bleibt nichts übrig die sind ein bisschen geheilt worden glaube ich jetzt kämpfen überfall anführe start hauptstraße Ebenrute. Ebenrute. Das ist eine ganz gute Frage, ne? Ich weiß ja gar nicht, von wo die kommen, oder? Weiß ich das eigentlich? Ne, weiß ich gar nicht. Hier habe ich ein bisschen Deckung, ne? Wir machen das mal so. Tja, leider sind die beiden immer noch verletzt. Das hat jetzt nicht gereicht, um die komplett zu heilen, irgendwie. Das ist irgendwie so inkonsistent auch, ja? Im freien Bewegen bewegt man es mit Rechtsklick und... Nachher beim Kämpfen mit Linksklick. Karlina, ne? Du musst weiter von hinten schießen, irgendwie. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo ist Enemy Spotted? Da kommen sie, da kommen sie! Okay, die kommen wirklich von da vorne. Ah, wisst ihr, was ich, glaube ich, vergessen habe? Wolf, die Granaten zu geben. Ja, haben wir vergessen! Wie viele Punkte hat er jetzt noch? Neun. Gehen wir mal schnell in Deckung. Dammit. So, aber... Die stehen so cool, ne? Komm. Okay, das hat erstmal gesessen. So, geh mal in... Zumindest ein bisschen in die Hocke. Gehen wir da hin. Ja, da ist noch besser, als hier. Ja, einem Schuhe. Gehen wir. So, kannst du noch schießen? Vier Punkte hat sie noch. Irgendjemand irgendwie... Ne, du brauchst sechs Punkte zum Schießen. Du kannst nicht schießen. Ähm... Dann gehen wir lieber auch richtig schön in Deckung. Ja, man kann halt irgendwie in dem normalen Modus keine Pause drücken, ne? Hast du irgendjemand... Oh, der... Überfall anführe. Ich muss es tun. Komm, die müssen wir wahrscheinlich zuerst wegkauen. Nee, da steht doch so schön hinterm Stein, irgendwie. Ähm, du hast noch einen Punkt. Geh mal in die Hocke. So, Fox. Neun Punkte. Mobiler Schuss, nee, nee. Das ist zu hart für mich. Und das ist nicht etwas, was ich oft sagen. Hm, hm, hm. Oh, da kannst du auch den Oberkörper treffen. Mach das mal. Versuch mal. Oh, sehr schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da mal getroffen hast. Dann leg dich mal am besten auch hin. So, Mr. Omrin. Ja, ne, ist es langweilig zu kämpfen. Ich weiß, Mr. Omrin. Oh Gott, ist der... Der ist halt er. Mit dem nur Anführer gerne wegbekommen. Komm, versuch es. Oh Gott. You are so schlecht. Yellow. Yellow. Kommst du auch wieder nicht wirklich ran, ne? Oh, du kommst an den Oberkörper ran. Da ist doch aber was vor. Komm, hau mal rein, da. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er sagt doch Oberkörper. Ich verstehe es nicht. Ach so, hinter dem Auto hat er keine Sicht. Charlene Higgins. Oh Gott. Miss Raven. Ne, du bleib mal liegen. Wir haben alle durch. Wir müssen auch ein bisschen auf Luck jetzt hoffen, einfach. Geh es nicht. Okay, oh, ein Grenadier. Oh, die sind aber genauso schlecht wie wir. Oh, ich sehe gerade mein Mikrofon. Du hast es nicht erwartet. Eine Sekunde. Mikrofon, Mikrofon. Das gibt es doch gar nicht. So. Haben wir noch eine Granate? Du hast den Wolf. Yes, wir haben noch eine Granate. Wo ist denn der Anführer hingerannt? Der Anführer ist weggerannt. Einer ist down. Einer ist down. Raven hier. Hast du Schussfeld auf den Anführer? Jetzt habe ich dich verwechselt. Du bist ja Raven. Du bist ja gar nicht. Wartet mal. Ich wollte ja eigentlich hiermit. Hast du Schussfeld auf den Anführer? Der ist schon schwach, steht da. Versuch es mal. Yes. Aber der lebt immer noch. Was hast du denn noch so? Die Kalaschnikow hast du noch. Fast tot. Verletzt. Anführer. Seilfenfeuer. Seilfenfeuer. Sechs AP. Automatisches Feuer. Geht nicht. Ja komm, versuch es einfach. Versuch es. Er hat getroffen. Er hat glaube ich getroffen. Du rockst meine Welt. Ja, der Anführer ist schon mal da und das ist gut. So. Munition verbraucht. Nachladen. So, acht Punkte noch. Komm, ruf da. Ja, dann ist es so, ne? Tja, wen können wir nehmen? Wir können mal versuchen, den zu treffen, dass er durch den anderen vielleicht durchschießt. Das wäre cool. Jawoll! Er hat wirklich durch den anderen durchgeschossen. Er ist zu weit weg, ne? Obwohl hier eigentlich... Es ist noch... Es ist nicht die perfekte Reichweite, aber es ist in Reichweite. Komm, versuch mal einmal zu treffen, liebe Fox. Vielen, vielen Dank. Immerhin 16 Punkte. So, haben wir noch einen? Raven hat noch 10 Punkte, aber Raven ist zu weit weg. Und hat nirgendwo Deckung. Können wir die nochmal umsetzen? Na, was ist denn echt gefährlich, wenn die so durchdran sind? Was ist denn? Was ist denn? So... Zug, Ende. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Grenadier. Grenadier. Das war ganz schön getroffen. Ach, du bist nur noch eine 30 Punkte getroffen. Was ist denn das? Eine Granate. Da kommt noch ein Schütze. Noch ein Grenadier. Ach du Gott, das sind ja... Ach du lieber Gott, das sind 9... Ne, 8 Gegner waren das, glaube ich. Aber der hat die Granate total blöde darunter geworfen. Das... Das hast du jetzt blöd gemacht, lieber Grenadier. 5 AP. Komm. Griff. Hau ihn weg. Oh. Ah, 14. Also, ich poker jetzt hoch, ne? Ich gehe davon aus, dass die Granate da unten liegt und uns nicht trifft. Muss ich ganz wirklich sagen. Charlene Higgins. Ja, du musst eher da hin. Ne, da kriegst du von da wieder Feuer. Da ist gut. Da ist gut, da ist gut. Jawohl, wie viele Punkte hast du noch? Drei. Reicht jetzt nicht, ist aber für die nächste Runde ganz gut. Mr. Wolf. Messer. Messer, wo? Keine... Zu weit weg alle, okay. Gehen wir erst mal in Hockey überhaupt. Das Schaden hat eine Snowflakes Chance in hell. Dadurch hat er wieder keinen Ich-Idiote. Ich dachte, der steht dann auf zum Schießen. Steh mal auf. Er hat auch keinen. Der trifft er auch nicht. This one's going down like a prom queen. Okay. Hm. Also die Treffsicherheit ist dadurch deutlich beschränkt, ne? Die anderen hat er einfach nicht in Reichweite. Na, dann schieß da hin. Schieß mal Salbe. Komm, mach mal immer. Muss mal gucken. 27 sind drin. Eine Salbe sind wahrscheinlich drei Schuss. Oh, ist das schlecht. Oh gut, ein Treffer. Hurra. Kalida. Frau Scharfschätze. Der blutet, der stirbt wahrscheinlich sowieso irgendwann. Ich habe den Villain in meinen Augen. Vielen Dank, das war gut. Und Frau Fox, hast du noch irgendjemanden hier im Visier? Das wird ein bisschen verhörtert. Well, es wird mir aber auch nicht verhörtert. Ah, guck mal, wenn man aufs gleiche Ziel schießt, hat man dann erhöhte Treffsicherheit. Vielen Dank. Und der ist da und der ist da und der ist down. Muchas gracias. So. Mr. Omrin, hast du noch irgendjemanden im Blickfeld? Oh, Mann, eigentlich gut getroffen, junger Mann. So. Jetzt kann er sich nicht mehr ducken. Ja, ja. Ich würde gerne immer auf die Sprüche so hören, aber das dauert dann ewig, wenn ich mir alle Sprüche anhöre. Der hat sich selber weggehauen. So ein bisschen. Schütze. Das klang ja wie ein LMG. Blutet. Und ja, der ist verblutet. So. Das sind, glaube ich, jetzt die letzten Beine. Ähm. Du hast, glaube ich, du kriegst hier keinen weg, ne? Einfach mal ins Blaue reinschießen. Nee, du müsstest dazu, glaube ich. Selbst wenn du aufstehst, hast du, glaube ich, nicht das Schussfeld, ne? Doch. Ist zwar außer Reichweite, aber einfach mal reinsammeln. Auf Glückstreffer hoffen. Dann kann ich aber auch einen freien Schuss nehmen, oder? Freies Zielen. So in die Richtung einfach. Naja. Naja. Machen wir mal so. Kommst du an irgendjemand ran? An den Schützen? Das ist zu hart für mich. Und das ist nicht etwas, was ich sehr oft sagen. Versuchen. Ziele mit... Ja, ja, Tutorial. Ich glaube, langsam kann ich die Tutorial-Dinge auch weghauen hier. Nee, du hast gegen eine Tonne geschossen, Mensch. So. Einzelschuss. Ich glaube, der Rest ist einfach... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind so schlecht manchmal. Jawohl. Sehr schön. Moral steigt. Okay. Ähm, jetzt hock dich mal sicherheitshalber aber hin hier. In die Deckung. Ach, keine Punkte mehr. Okay. So. Mr. Raider. Ja, eigentlich kommst du da auch nicht wirklich ran. Mach's mal so. Ja? Ah, jetzt geht der außer Deckung. Shit. Das hab ich nicht beachtet. Das stimmt ja. Nein, brech mal ab. Das geht wieder auch nicht. So. Dann müssen wir auf Frau Kalina hoffen. Meine Schraube ist nicht eine magische Schraube, du kennst. Nee. Ist außer Reichweite. Ah, wir haben so einen Blindschuss gemacht, weil Fox den in Reichweite hat, äh, in Sicht hat. Dann nutzen wir noch die Punkte zum Nachladen. So, Zugende. Das ist, glaube ich, der allerletzte jetzt. Leute? Leute? Anyone still alive? Guys? Da kriegt ein bisschen Panik, ne? One Purp is still on the loose. 10,4. Ja, komm, wir hier irgendwie besser ran an den? So richtig nicht, liebe Leute. Versuch's mal. Get ready for a Wolf-Bite, Baby. Jawohl. Komm. Jawohl. So ist dat fein, Mr. Omrin. Komm, triff, triff, triff. Muchas gracias, Konflikt gelöst. Hey, wir haben alle gemacht. Das macht mich sehr glücklich und ein bisschen schmerz. Hey. Alle am Leben. So, looten? Looten. Los geht's, geht's, geht's. Ich muss, glaube ich, mal abspeichern, schnell speichern. Sehr schön. Ne, Kashikov. Ja, jawohl, ja. Noch nicht schon. Wir haben alle, ne? Die wurden dann alle zusammen gelootet, ja. Ach, Leute, wir haben's geschafft. So, jetzt müssen wir aber erstmal die Leute wieder heilen, nochmal. Mann, 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 Mann. Aber das war schon, das war schon nicht mehr so einfach, fand ich. Verletzte behandeln. Ach, das ist noch im, 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 im Laufen sogar. Also es läuft noch, sagen wir mal so, im Laufen noch. So, Mr. Omren, du kannst ein bisschen was reparieren schon mal. Ähm, was reparieren wir dann am besten? Rüstung? Rüstung erstmal, ne? Weil die anderen Sachen... Wom geht das nicht? Ah, ich hatte die falsche Taste gedrückt. Ne, das ist zu viel. Ich muss erst mal gucken, wie lange das dauert. Das sind... ...die Heilung. Wir lassen das mal so laufen. Das ist hunderte Arbeit, Globmaid. Ich hoffe, es gibt eine gute Mahl, wenn ich fertig bin. Ich stehe mit auch neun Stunden. Das sollte relativ... Ich fühle mich, dass es eine gute Magie gibt in diesem Bandage. Äh. Einmal. Das ist dann sehr zeitnah. Jawohl. Bereit und abhängig. Jetzt haben wir aber mehr Verletzte gehabt, ja. Also... Ärztin... Ist Fox selber verletzt? Fox ist selber verletzt. Wolf? Kann sie sich selber heilen? Das muss ich mal kurz testen. Guck mal, sie kann sich sogar selber heilen. 22 Stunden. 22 Stunden. 22 Stunden. Okay. Let's get started. 22 Stunden. Das heißt, wir können jetzt Zeug für 22 Stunden reparieren. So, das läuft. Hat man sich noch ne Kalaschnikow gefunden? Ach, dann ist meine wahrscheinlich immer noch repariert. Die ist gar nicht kaputt, wahrscheinlich. 15 Stunden. Wir müssen ja auch nicht jeden Scheiß reparieren, ne? Ähm. Da erhöht sich aber auch wirklich kaum dann das Material dafür. Und die Zeit auch nicht. So. Starten. Alles klar! Wenn du mich brauchst, werde ich mein Buch lesen. Ja, ungern eigentlich groß machen, ne? So, Frau Fox. Ah, nee, Frau Fox ist nicht geheilt. Dann geht das nicht, sich selbst zu heilen, das kannst du abragen. Gut, ähm... Das mit der Munition funktioniert auf jeden Fall super, aus dem Truppvorrat. Das braucht also keiner irgendwie Munition im... Inventar mit sich rumschleppen. Aber Waffen können wir da nicht reinpacken, okay. Kann man das vielleicht dann auch aus dem Truppvorrat benutzen? Nee, das geht nicht, okay. Da muss man irgendwie nachkaufen können, das ist sonst echt blöd, ne? So, Frau Erste Hilfe. Wir machen das mal wirklich so, dass du Sanitäter bist, würde ich sagen. Dann, Mr. Wolf bleibt seiner AK erstmal treu. Und Mr. Raider würde ich auch auf eine AK umrüsten. So. Zur Notenrevolver. Ja, du bleibst bei der Waffe, das passt. Du bleibst auch bei der Waffe und du kriegst auch eher... So ne Waffe. Kann man vielleicht auch nochmal die reparieren oder so? Die anderen Sachen sind zu schlecht. Okay, also die 51er reparieren und... Ähm, Fox heilen. Also... Ach nein, das ist noch nicht fertig ganz. Das läuft noch. 11 Stunden. Ich sehe hier aber gar nichts mehr. Das läuft sogar noch, okay. Die 51er, die hier reparieren wir. Das passt dann auch wieder von der Zeit her, hoffe ich mal. Ich hoffe, ich habe keinen Bug, ey. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Selbstheilen. Das hier. Ich muss mal darauf achten, aufs Menü, ob sich da was ändert. Satellitenansicht. Läuft bald ab, der Vertrag. Okay. Ah, okay, das läuft noch weiter. Noch 5 Stunden. Das läuft durchaus noch. Hier fehlt das Symbol einfach dafür, finde ich. Okay. Jetzt sind wir ready. Ja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle am besten. Hier glänzt noch irgendwo was zum Looten, finde ich. Dann machen wir Schluss und gehen in der nächsten Folge. Wir gehen raus. Hier rein. Gucken wir uns den Bunker an. Irgendwas glänzt hier, Leute. Geht ihr das ab und zu hier bei ihm? Egal. Gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Weitling bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder ein Kanal mit dem Job nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020